Hallo, ich habe ein Küken-Rütter-Bitred. Herzlich willkommen auf meinem Oster-Käck-Kanal. Einmal Zeit für ein kleines FNAF-Hang-Game. Heute spielen wir zusammen die Demo, und zwar in Englisch. Ist ein Original, kommt aus Brasil. Obrigado. Greetings to Brasil. Und zwar spielen wir heute Ten Nights with Kenny. Ist die Demo, und wir schauen mal, New Game. Obrigado. Das einzige Portugiesisch, was ich kann, und maldito. Maldito und Obrigado. Ich habe auch einen Zeitraum, aber nicht nur ein paar Tage. Ich habe schon einen Zeitraum gegeben. Mein Leben, mein Leben und meine eigene Geschichte. Mein Freund, Ken Fried, wurde noch zehn Tage. Ich habe mich in Pänik in diesen Tagen gefühlt, aber als ich die Polizei nicht achetet, habe ich gewonnen, in der Pizzeria des Irmãos Ken e Katty. Ich wusste nicht, aber dort, mein Leben würde ich immer wieder ändern. Pizzeria des Irmãos Keny und Katty. Nacht und frische Tag. Es leid an zu einem neuen Beziehung. Hallo, woece denn eine mensage? Desee ich dir, Helfine? Except, mit Lennie, und Lenny's Files Ich bin der letzte Kompany Projekte, aber du kannst mich Lenny Ich schaue meine Sistere, meine Sistere sende mir deine Files Let's see Marie? Dona Marie, ich hoffe du hast eine gute Nacht's work Aber ich werde die erste Nacht Ich habe die ersten L einzige an, die eine Panmacht in der Mitte Und ich habe keine Sistere, meine Sistere, meine Sistere. Sie haben die Fotos aus der Mitte Und ich habe das Flas. Aber du kannst sagen an diesen Metals, wenn sie mit denенный Spelen und du kannst Du kannst. Aber du kannst du kannst, du kannst, du kannst Du kannst die Metal-Sichten, du kannst du kannst Du kannst du kannst die, du kannst du kannst du kannst Du kannst und du kannst du kannst Du kannst du kannst du kannst. Ich habe einen Licht. Gehe zu einem Monitor, bitte. System? gut gut Ich muss sehen, oder? Aber schon ein interessantes Spiel ist auf jeden Fall. Siehst du? Wir sind ja hier. Aber ich habe keine Flashlight. Ich habe hier eine jährige Flashlight. Was soll ich dann sehen? Das System, bitte klicken Sie. Cool. Was soll ich sie? Ich denke ich habe hier eine diese Services, die die Mettlete zu bekommen, können Sie diese Kabel zu bekommen. Aber ich sehe keine Wettel. Wo ist die Gefahrheit? Der Leere, der Weib? Ich wünsche miche. Schauen Sie bitte. Die Wendung ist erst nächste Nacht. Ja, scheiße. Das ist alles. Auf Wiedersehen. End des Messages. Obligado. Wie gehe ich jetzt in den Monitor rein? Indem ich draufklick? Aha. Das steht noch ein, oder? Aha. Linke Tür. Kamera. Ich höre links ein. Links kommt einer. Kamera. Jeez. Ein interessantes Spiel. Sagen wir mal so, ne? Maldito. Monitor. System. Kamera. Nice. Cool. I like it. Er klopft sich gut zu wissen, wenn er klopft. I like it. I like it. Macht Spaß und ich finde es interessant. Wird mit Sicherheit nicht einfach, wenn man auch noch mit Lüftung und so, die dann in der nächsten Nacht ist, ne? Ja. Könnte ich euch das auf Portugiesisch runterladen? Portugass. Und in Englisch. Ich höre da einer links. Left. Interessantes Spielchen. Mal ein Spiel, wo, wo ich sag, oh. Lüftung! Tja, das ist schon. Maldito! Tja, die, die... Tja, die, die. Tja, die. Das war es. Lapin. Genre, die. Es ist ja nur ein Video. Mal sehen, es ist noch einmal. ich habe ihn nicht gesehen habt ihr ihn gesehen ich nicht i don't see him oi hola wc tem mensage recusado mutt ich habe mutt gemacht schweiz auf die message gleich mal ja mutt hier ich brauche keine message eau eau immer schön gucken aber macht auf jeden fall spaß kann man spielen nur warum ich jetzt drauf gegangen bin ich habe ihn ja nirgends gesehen die große frage ne frage über fragen wow ach so ok ist akzeptiert eine eigene location gemacht ein eigenes system hier entwickelt wo ich eigentlich sehr interessant finde hier mit dem ding 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 was ist das ah ah das ist ich meine ah ich bin zu 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 zu